Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Subnautica Below Zero. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir müssten heute mal ein bisschen nach den Blutblings gucken, ob wir diese ganzen Sachen auch finden. Was brauche ich denn für die Batterie? Geißenkörbchen und Kupfererz, das müsste ich noch haben. Geißenkörbchen, Respektrum, Buch, alles klar, das Zeug ist schon verbraucht. Eigentlich müsste ich mir eine Kiste bauen. Ach, das ist ein Propellerfisch. Kann ihnen den Magen umdrehen? Echt? Mal probieren, wie das schmeckt. Batterie, Batterie, Batterie? Ne. Habe ich nur ein Geißenkörbchen rausgeholt? Ja, ich komme immer auf die falschen Tasten. Ja, wir begeben uns ein bisschen auf die Suche nach neuen Bauplänen, also das ist sehr wichtig. Ich mache mir auf jeden Fall erstmal eine Wasserkiste, eine kiste Kiste und diese Brug hier. So, gucken wir hier erstmal raus, dass wir diese Kiste hier rauskriegen. Ja. Halt, du sollst das doch nicht. Du sollst das nicht. Wie, den Vorrat anziehen. Braucht doch nicht so viel. Oh Gott, da ist immer noch. Was wappt ihr? Was wappt ihr? Ich nehme lieber das Silver weg. Das Gold. Das ist dann nicht so schlimm, wenn ich das da drin habe. Okay, der gibt aber auch gut. Ups. Hey Alter, habe ich den jetzt rausgeworfen? Ja. Perfekt. So. Äh. Silber möchte ich aber noch behalten. Mal lieber das weg. Das, das, das. Neue Batterie. Ähm. So war das. Energie scheinbar vorhanden aus. Wie habe ich den? Kann man denn da wechseln? Nein. Ich glaube, da muss ich einfach hier. Ey. Alter, du sollst das doch nicht fallen lassen. Äh. Geht das gar nicht, wenn man so drüber zieht oder was? Ey. Ich war echt der Meinung, das ist nicht cool. Alter, Beacon Signature detected. Unique Identifier. Delta Station Dock. Okay. Delta Station. This is the place Lil mentioned in our message. Wenn man da jetzt was sehen würde, dass man die findet. Ach. 500 Meter. Wie viel habe ich dabei? Highlight. 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 Hier geblieben. Kann ich denn die Sachen wechseln? Einen auf den Blick. Ähm. Strukturen. Lassen einstecken benutzen. Rechte Hand. Linke Hand. Zweitfunktionen nachgeladen. Ah. Alles klar. Perfekt. Geil. So. Auf die Suche nach Blueprints. Und zur Data Station. Zur Station Delta. Sag mal eher so. Vielleicht finden wir ja auf dem Weg irgendetwas. aus. So. Oh Mann. Das sieht ja echt Hammer aus. Alter Schwede. Ist hier unten. Oh Gott. Geht es da tief runter. So. Vielleicht gibt es da irgendwas zum Abscannen. Hey Kumpel. So. Und da geht aber gut die Energie runter bei der Batterie. Wow. Alter Schwede. Was ist das denn für ein Biom? Ah. Irgendwas. Passt da nicht ganz. Oh. Alter. Ich tu das mal weg. Ey. Das ist ja mein Hammer. Geil. Okay. Was gibt es denn da zum Abscannen. Ach. Das ist die Undock Station der Seebahn. Kann ich das abscannen oder habe ich das schon? Wow. 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 Alter. Cool. Eine Kaffeemaschine. Ne. Und die hier? Kaffee Vollautomat. Okay. Kann ich das auch abscannen? Ah. Guck mal an. Der Tisch. Eine Thermoskanne kann ich bauen. Oh. Der Abfalleimer. Okay. Braucht man den überhaupt? Oh Mann. Hier ist ja viel zum Scannen. Ne. Und ich sehe, dass ich friere. Ähm. Guck mal, dass wir kurz ins Wasser rein kommen. Nicht, dass ich hier Leben verliere. Alter. Die Seebahn. Das ist ja gar keine Motte. Wow. Gibt es hier noch mehr? Es wird grad ziemlich dunkel. Ja. Ups. Ah. Lass mich hier raus. Lass mich erstmal alles abscannen. Was ist das hier unten? Auch ne Schrift. Okay. Da drüben leuchtet was. Krass. Wow. Ist hier noch irgendetwas zum abscannen? Ist hier vielleicht? Wow, das ist echt alles. Oh. Gefluglicht. Eieieiei. Was für ein Ding. Ähm. Habe ich hier alles schon durchgescannt? Ähm. Guck mal die Signalbohr hier wieder raus. Alter. Sollst du die doch nicht dauernd einsammeln? Ich hab nicht mal ne Taschenlampe gebaut. Guck mal. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, je, 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 je. Oh, je, 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 je. Runde Runde Runde. Kühlung ist nicht gut. Hey. Ist hier unten noch irgendetwas zu finden? die sind sehr interessant okay da ist ein lochfisch das kann ich abscannen machen wir das mal jetzt müsste ja der dame nicht verkalt sein ich hätte mir nicht bauen sollen hey dann sagt was das denn ohne jungen was hat sie gesagt sie soll abhauen nix da bin ja nicht gekommen um abzuhauen okay ich muss mich beeilen was ist das hier wow kann man ja abscannen eine thermal linie gibt es da da gibt es nur kupfer herz versteht es nicht auf sammeln wo soll es dahin gehen das ist ganz komisch hat diese komische tante was gesagt das kann man einsammeln schnee für was brauche ich schnee ok geht es irgendwie runter muss mal was da muss ich zwei stück mitnehmen vielleicht kann ich sie sogar selber anpflanzen später gibt es hier irgendwas von dem ganzen zeug na komm delta station ach guck mal die pinguine hier ich glaub da müssen wir da rüber oder heute wird nur gar nicht kalt das ist ja echt voll ich habe bestimmt recht die taschen voll was ist das das sind diese ganzen müsse aber wo geht es hier hoch jetzt sehe ich mal wieder was das ist schon mal sehr gut okay die kann ich auch abscannen ob es ob es aber nichts machen die blumen die sind schon cool eigentlich das demal habe ich mich voll erschrocken das kann doch nicht sein muss ist denn hier was da bin ich gekommen geht es hier weiter das ist ja total im klinflug hier und dauernd ist mir kalt glaube ich irgendwie dauernd im kreis alter was ist das hier nicht dass das jetzt hier kocht und so schwefelkristall bin ich mal mineraldetektor echt jetzt cool ist das dann der mineraldetektor oder was k ist schön dass die immer wärme tut ich habe das gar nicht mitgenommen alter schwede ich bin schon voll halt hoffentlich wird da mir nicht schlecht davon so viel titan brauche ich nicht nur das wichtigste mit ist jetzt auch weg oh wovor nehme ich aber mit da bin ich zu geizig sag mal wo soll es denn hin hier hingehen also das ist eine ganz komische insel die habe ich abgescannt oder ja ich hoffe ich finde da irgendwas ein mineraldetektor bin ich hier überhaupt richtig da ist die der pot da ist die eine buje ähm bin schon auf dem richtigen weg muss nur irgendwie hochkommen junge 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 ja ja ich mach auch das macht das sehr gut da oben ist nix da muss man doch irgendwie hochkommen ja nix Alter, was bist du so dummisch? Alter, was bist du so dummisch? So kleine Wo bist du jetzt hingedackelt? Was sollte denn das jetzt? Na guck mal an, da ist die Delta-Stütze Alter Faller, die mich jetzt erschreckt Okay Kann es ja wohl nicht sein Ist das hier Haus oder was? Warte Kann man da irgendwas abscannen Was? 644 Meter zu dieser Pilotin Ach das war eine Pilotin Okay Blätter mal da ganz schnell rauf Gibt es da was zum abscannen Ich muss mich beeilen Schnee Ich hab Bier schon wieder Wo waren jetzt die Hütten hier? Oh Mann Komm schnell 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 Mach die Tür auf Oh Oh Schwede, was ist hier los? Ja Ja Zweckraum Alter Ich kann eine Basis bauen Wow Das ist ja mal cool Hammer Kann man das auch schon bauen? Ein Bettchen Ein Bettchen Perfekt Kann ich mich gleich hinlegen hier Das ist ja das Aquarium Alter Alter Falter Was ist denn das hier? Da gibt es ein Blueprint nach dem anderen Ey Namensschild Schäfssessel Schreibtisch Ähm Ein Wandträger Kann ich auch noch abscannen Oh Mann Das ist ja Na komm Der ist schon immer ohne mit Hier wird nichts liegen gelassen Was ist das? Was sollte es sein? WUH Alter Alter Ey Ich Das muss ich mir Das muss ich mir aufstellen Kann ich das mitnehmen? Das kann ich bestimmt bauen Ey Das ist ja geil Oh Oster? Alter Schwede, das Observatorium Da gibt es allerlei Zeugs Was geht da ab? Ein Führerstuhl So viel habe ich am Anfang damals nicht gefunden Beim ersten Subnautica Ein Glastisch Die haben aber gutes Essen gefuttert Die ist aber ganz schnell abgedampft Junge Junge Was für ein Haufen Zeug Gibt es hier noch irgendwas? Hm Das habe ich schon Junge Vater Also das Observatorium ist fertig Hä Kann ich Schnee auch abscannen Hehehe Ey Das ist ja mal der Hammer Was ist das hier? Ja Für Alter Echt Für einen Scanner Raum Das kann ja nicht sein Oder? Das ist ja fast schon wie ein Geschenk Das ist wie ein Geschenk Was ist das hier? Konstruktionswerkzeug Oh Dann kann ich mir das zack bauen Basis Ohne Ende Ey Jetzt kann ich da irgendwie rein kommen Mir ist schon wieder kalt Ich habe doch nur eine dünne Haut Einer Batterie Ladestation Erweiterter Kabelsatz Energietransmitter Ist der ja neu Und noch was dazu Cool Eine Jukebox Eieieieiei Eine Jukebox Die ist cool Den Fabrikator Den können wir anscheinend schon bauen Ja Jukebox Lautsprecher Komm noch eine Disco Kugel dazu Oder sowas Das wäre doch mal was Guck mal an Eine Karte Wow Ist ja riesig Die Map Oder Eigentlich noch irgendwas Abscannen Nehme ich mal alles mit Ist schon ein Kaffee Ähm Was hat denn der jetzt hier gerade angezeigt? Ähm Geht die nicht mehr? Achso das ist das Regal Alles klar Einzelwandregal Gibt es auch noch Wow Ähm Sollte man Nicht irgendwie noch was anderes abscannen? Ach guck mal an Da ist ein Ritten Namensschild Hier Junge Junge Leute Überfordert mich nicht so Was ist das denn? Ein Sieb Alter Schwede Hammerhart Ein Bett Ein Bett Nochmal eins Sind das alles verschiedene Betten? Oder was? Das ist doch das gleiche Bett Das ist ein Geiles Rausschiff Wie eine Arche Alter Eine Modifizierungsstation Junge 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 Kann man hier noch was abscannen? Halt Ah Okay Cool Habe ich noch Platz? Perfekt Ich habe Platz Eine Zeitung von den Pinguinen Was ist das? Hä? Rasierzeug Zeug Zeug mit dem Mit der Frau Eigentlich Gibt es hier irgendwas noch zum abscannen? Was habe ich denn jetzt alles gekriegt, ey? 54 Baupräne Alter Schwede Das kann man sich gar nicht vorstellen Oh Gott Den Laserschneider habe ich auch fast fertig Der braucht gar nicht so viel Generaldetektor Ein Entfernungsmesser Zum Ort von Rohstoffen, Fragmenten und anderen Gegenständen mit identifizibaren Eigenschaften Junge Der ist auf jeden Fall neu Gravitationsfalle muss ich noch suchen Boah Scannerraum Scannerraum war damals teuer Verstärkung Auf jeden Fall Auf jeden Fall Das können wir schon bauen Hey Bioreaktor Da braucht man den Kabelsatz dazu Deswegen habe ich nach Gold und Silber geguckt Und Bay Toopbox Das ist echt Wahnsinn Da fehlen aber noch einige Blueprints da fehlen noch ein paar auf jeden fall müsste man irgendwie die sehbahn finden die findet man bestimmt noch mobile fahrzeugstationen muss man als erstes finden sonst nützt das sehbahn gar nichts hier dann auch alles es kennt also das ist ja mal der hammer kaffeemaschine schubbox ich mache eine party ohne witz und wenn man den shot nicht auch noch machen da ist bestimmt noch nicht alles fertig das ist ruhig das haben wir ich habe bestimmt noch was vergessen gucken wir noch das ding hier an das ist doch der hammer ohne witz halt nicht weg ist da oben noch irgendetwas kann man nicht abscannen ist da was drin guck dich schnell um und dann guck mal hier ist es ein ding wo man weg fliegen kann oder was ich komme auf jeden fall nicht da hoch aufbärm ich auch aber mäßig muss ich schon sagen so und weg hier vielleicht finden wir noch irgendetwas ich habe so das dumme gefühl ich habe noch irgendetwas vergessen das war doch mal ergeblich was ist das gewesen was ist das ich muss wissen was das ist ach das ist nur titan aussicht auf gold gold brauchst du bist hier genau richtig schwefel einsammeln werden wir brauchen also wenn wir mal wieder was brauchen mit ressourcen dann gehen wie ich hierhin junge junge ich bin reich die dann die dann brauche ich nicht erstmal bringt mal passt das schwede kommt aber einiges zusammen ok alter sind es diamanten was piepst du so ok hier ist nix mehr oder geht es dann auch nach hinten kurzen moment ich muss gucken wie ich mich bücke laufen nach laden drohe wegen links automatisch bewegen anruf entgegennehmen nein 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 ich bin darüber ich muss darüber kommen es sind diamanten 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 ich könnte diamanten echt gebrauchen ich komme mit einem haufen gold nach hause wie komme ich darüber mich unterfallen wie komme ich darüber das ist wahnsinn habe ich die diamanten gefunden und diese dinge die da drüber das kann doch nicht sein kommt wohl zu diesen diamanten 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 ich brauch diese diamanten also ich brauch kein schnee weg damit was ist das jetzt ach cool eine batterie Nährstoffblock ähm warte wie viel gold habe ich denn jetzt äh schmeiß mal Kupfer raus gold gold sammle ich ein das lasse ich hier nicht wie komme ich zu diesen diamanten darüber ja ich suche auf jeden fall machen nach einer lösung und ähm ich darüber komme und dann sehen wir uns hier auf jeden fall in der nächsten folge danke dass ihr zugeschaut habt bis zum nächsten mal ciao ciao Bis zum nächsten Mal.